Erst-Inbetriebnahme Q-Gateway 6 Direct mit Q-App & Q-Tool Bevor Sie mit der Inbetriebnahme eines Q-Gateway 6 Direct mit Q-App & Q-Tool beginnen, stellen Sie sicher, dass das Gerät zuvor in Ihrer Datenplattform, wie beispielsweise der Q-SMP, hinterlegt wurde. Auf dem Start-Screen von Q-App drücken Sie zunächst auf den Button Neues Q-Tool verbinden, um Q-App und Q-Tool miteinander zu verbinden. Q-App zeigt nun die gefundenen Q-Tools an. Durch einen Klick verbinden Sie sich mit dem Q-Tool. War Ihr Q-Tool bereits mit Q-App verbunden, verbindet es sich automatisch. Im oberen Bereich sehen Sie die Statusinformationen des Q-Tools. Öffnen Sie das Q-Gateway 6 Direct und stecken Sie den Batteriesteckverbinder der Batterie ein. Die LED des Q-Gateway 6 Direct blinkt nun gelb-orange. Warten Sie bis zum nächsten Arbeitsschritt, bis die LED dauerhaft gelb-orange leuchtet und anschließend das Licht erlischt. Drücken und halten Sie die Funktionstaste am Q-Gateway 6 Direct ungefähr 2 Sekunden, um die Inbetriebnahme durchzuführen. Das Q-Gateway 6 Direct startet nun die Inbetriebnahme sowie einen automatischen ersten Scan. Die LED blinkt gelb-orange und stellt eine Verbindung zu einer Datenplattform her, wie beispielsweise der Q-SMP. Drücken Sie nun in Q-App auf den Plus-Button im unteren Display-Bereich. In der Übersicht aller Vorgänge wählen Sie Gateway Inbetriebnahme. Es werden alle verfügbaren Q-Gateway 6 Direct in Reichweite angezeigt. Anhand des grünen Punktes können Sie den RSSI-Empfangspegel zwischen Q-Tool und dem Gateway erkennen. Grün bedeutet sehr gut. Der GSM-Empfang wird als Balkendiagramm dargestellt. Voll ausgefüllte Balken bedeuten einen sehr guten GSM-Empfang. Klicken Sie in der Übersicht auf das Q-Gateway 6 Direct, welches Sie in Betrieb nehmen wollen, um mehr Informationen zum Status zu erhalten. Sie können so in Q-App den Inbetriebnahmeprozess visuell mitverfolgen. Unter Allgemein sehen Sie Informationen zum Gateway sowie den Modus, in dem sich das Gateway befindet. Unter Status GSM-Funk sehen Sie zunächst booten. Das Gateway fährt sich hoch. Anschließend werden die Netzwerke gesucht und das Q-Gateway 6 Direct wird am Netzwerk angemeldet. Danach wird die PPP-Verbindung hergestellt. Die LED des Q-Gateway 6 Direct leuchtet dauerhaft gelb-orange. Sobald die Verbindung zum MQTT-Broker erfolgreich hergestellt ist, blinkt die LED des Q-Gateway 6 Direct grün. Nach dem Verbindungsaufbau zum MQTT-Broker stehen Ihnen weitere Informationen unter den Reitern GSM und OneGeräte zur Verfügung. Klicken Sie auf GSM, um Informationen zur GSM-Technologie, die Signalstärke der GSM-Verbindung oder GSM-Netzwerkinformationen zum Provider zu erhalten. Klicken Sie auf Geräte. Sie sehen die Anzahl der angegebenen Geräte und die aus der Liste gefundenen Geräte, die durch den automatisch gestarteten Scan gefunden wurden. Die Anzahl der angegebenen Geräte stammt aus einer PLT-Vorgabeliste, die zuvor in die Q-SMP importiert wurde. Alternativ können Sie den Scan auch ohne Liste durchführen. Wir empfehlen bei der Erstinbetriebnahme die Arbeit mit einer PLT-Vorgabeliste, da so ausschließlich die benötigten Geräte Ihrer Liegenschaft gefunden werden. Sobald alle Messgeräte erfasst wurden, klicken Sie zum Beenden des Vorgangs auf den Abschließen-Button. Die Inbetriebnahme des Q-Gateway 6-Direct mit Q-App & Q-Tool ist nun abgeschlossen. Sie können nun eine weitere Inbetriebnahme mit einem anderen Q-Gateway 6-Direct starten.